Heute, die normale Behörse eines Kickerwies in der Schrieklage. Und hier war noch eine kleine Kickerwie, der Schrieklage. Meine Damen und Herren, er setzt nun an zur Richtkurve. Immer wieder eine Schrieklage, da der Fahrer nicht sehen kann, wo er hinzieht. Aber auch das klickt zufrieden. Unser Schifffahrer und der Schiff. So, meine Damen und Herren, er steigt nun aus. Und hier würde ich noch aushören für Europas. Hier sind sie so schön.